Ich bin Eva Jeningen, ich bin seit viereinhalb Jahren Bürgermeisterin in Dresden für Umwelt- und Kommunalwirtschaft und ich habe bei den Verhandlungen auf die kommunalen Belange geachtet und den Kommunalteil im Innenbereich mit verhandelt. Wir haben als Grüne ja das Leitbild, dass die Bürgerinnen und Bürger der Politik und dem Staat gegenüber auf Augenhöhe stehen sollen. Und deshalb haben wir sehr darauf geachtet, dass die Beteiligungsmöglichkeiten verbessert werden. Deshalb ist im Koalitionsvertrag vereinbart, dass die Quoren für direkte Demokratie deutlich gesenkt werden. Wir erleichtern die Mitwirkungsmöglichkeiten durch verschiedene Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten in den Kommunen und die ehrenamtlichen Vertreterinnen und Vertreter der kommunalen Räte und der Kreistage bekommen mehr Rechte. Sie können leichter Fraktionen bilden, sie können die Verwaltung besser kontrollieren. Ich glaube, das sind Dinge, wo einem Koalitionsvertrag gut zugestimmt werden kann und dann brauchen wir viel Schwung aus der Gesellschaft und aus dem Landtag, um das alles auch umzusetzen zu können.